Ich hab das Gefühl, aber Fieber und Kopffeld, da mein ich, ist es reißbar. Was? Oh, oh, du, da holen wir eine ganz große Schnur und da binden wir deinen Kopf zusammen und dann fallen die Teile nicht so weit weg, wenn dir der Kopf platzt und das finde ich eine gute Idee. Nein, nicht, Pumuckl, nicht so, ich bin jetzt krank und Fieber hab ich auch. Also, dann machen wir es so, du bleibst hier im Bett schön liegen und der Pumuckl unterhält dich dann. Nein, keine Unterhaltung. Oh doch, mach doch mal deinen Fensterladen da auf. Ja, ja. Ah, guten Morgen. Halt, oh, schau mich doch mal an, oh, schaust du aus, du, ich mag das gar nicht gern, wenn du so komisch schaust, lach doch mal. Ja, komm, komm, mir ist halt nicht zum Lachen. Ach so, du, wenn ich ein Gesicht schneide, kannst du dann vielleicht lachen? Ja, lass mal. Schau doch mal, hallo, so. Also, du hast auch schon mal besser gelacht. Ja, plagen wir halt nicht so. Dann machen wir halt den Laden wieder so und ich sag dir ein Gedicht, vielleicht ist das eine schöne Unterhalterung. Pumuckl, du weißt was, weißt was, ich brauch jetzt Suche. Ja.